Überdöse mit Spiridway Cups und das sieht eigentlich nur hier eine kleine Box und das ist hier auch. Das ist ein kleiner, mobiler Projekt, der aber auch ein Tablet integriert hat. Und auch mit dem Tobi, dass man hier das, was hier projiziert ist, auch berühren kann. Das ist Tobi, spielt das natürlich nicht, aber man kann darüber das Ganze auch bedienen.